Malzeit ihr Motherfucker Knochen wieder hier featuring Kaiser Franz Kaiserin Francie Moin moin, yo yo in the house Wir sind voll krasser Checker Rapper Oh, bist du eigentlich auch hinter mir Okay, also ich fahre heute die Phoenix Ein Aufklärungskreuzer von den Amerikanern Rang 4 in deren Technologiebaum So, so wird es richtig ausgesprochen Die Sitzgestellte 1916, 10 1er Geschütze 152 mm mit 30,7 km Reichweite maximal Zwei Drillings-Tropedowerfer A533 mm mit 5,5 km Reichweite maximal Und 35 Knoten fahre ich maximal Jetzt habe ich sehr viel maximal gesehen 35 Knoten fahre ich maximal, wenn ich maximal fahren würde So, wofür ist der Knopf hier? Du hast mich getroffen Das war ja Ja, ja, ich habe versichtlich in die falsche Richtung Ich habe mich verklickt War der falsche Knopf Oh, ich könnte jetzt aufschießen Oh Ey, oh, ich muss mich gerade zusammenreißen Dass ich nicht irgendwelche schlimmen Worte sage Aber ich sage mal so Da war sehr viel vaginal Zeugen mit beiden Ach, das ist ein bisschen Ja, ups Das war am Versehen Ja, natürlich Bei dir ist es immer ein Versehen Ey, lass mal mal Du hast mich Du hast meinen Taupedo-Werfer zerstört Äh, außer Gefecht gesetzt So, nicht zerstört, aber Ja, dann reparier es Du schießt noch andere Ja, was ja jetzt schießt sie auch mal auf andere Achso, ja, auch die Gegner, okay Ich dachte ja auch unserer Ey, ich bin ja kein Teamkiller Ich weiß ja nicht, äh, ich habe schon nicht gesagt Der Franz Nein Das Jetzt Abtrend Im Prinzip bin ich direkt in seine In seinen Scheiß reingefahren Äh Scheiße Zerstörer hier im Nebel Oh, er hängt, er hängt, er hängt Motherfucker Hm, was geht's los? Jetzt wurde ich hier geschossen Ja In dem Spiel geht's ja rumschießen Aber doch nicht, ob nicht Naja, doch Irgendwie schon, ein Figur Im Prinzip ist jeder dran, der Daran beteiligt ist hier An diesem Gemetzel Irgendwie brennt der noch Aber er kriegt eigentlich nicht wirklich Schaden ab Hm, weiß auch nicht Ich muss mal klagen Ich muss mal hier aufpassen, dass ich nicht gleich ins Nichts fahre Das ist jetzt so komisch Es ist ein bisschen ungewöhnlich Weil ich hier nur, ähm So Einsatürme hab, ne? Ist irgendwie komisch Mhm Also irgendwie kommt's dir komisch vor Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mal Warum's mir komisch vorkommt Irgendwie kommt's dir komisch vor War ich das? So Man muss nur treffen, man muss nur treffen Und er hat nicht getrunken Ne, du Getrunken Okay, noch ein Treffer Scheiße Und schon mal wen versenkt? Ich hab sogar viele Treffer, äh Hätte ich gehabt Er versucht hier Oh, ja, ist weg Dann erstmal vorfahren Schon über sein Deck da Außer noch, äh Ein Kreuzer oder ein Schlachtschiff Irgendwo muss doch der Flüttelträger sein Hm, das weiß ich nicht Also fällt mir nicht eine Zeit lang Ich muss sagen, dass der Kreuzer echt hübsch aussieht Ganz komisch gesagt Ja Ja, so richtig schön schmal Wie so ein Aal Mhm Da blinkt dir gerade was auf Ich hab auch nicht drauf geachtet Ah, das ist das Schlachtschiff Hm Jetzt sehe ich jetzt mal, wie weit Bist du direkt wieder bei mir Hm Echt? Hm Ey, der Flüttelträger ist Oben Äh, gerade auf dem Weg zur anderen Seite Wer willst du den anderen rüber? Ah Aber dann sieht, scheiße Wir haben schon vier verloren Und die noch gar keinen Und ehrlich gesagt Würde ich gerne diese Flugzeugträger holen Ja, die tun wir irgendwie durch Nee, nee Du brauchst doch gar nichts machen Du darfst, das ist das Spielpuppe Oh, ich brenne Ja, da waren, äh Torpedos kommen jetzt, ne? Glaube ich Oh, ja Oh, ja Aber nicht, auch nicht Hm Das ist Schluss Hier ist aber auch nicht viel los gerade Ja Ja, was? Fahren wir jetzt zu den Flüttelträger? Nein, du nicht Okay, ich bleib hier Weil ich hab doch gesagt, bis du da bist Dauert es ne Ewigkeit Ja, und jetzt klingt das wieder so Oh, ja, der Knochen, der ist immer so ein Bullmax, ne? Ja, ist sie ja auch Ja, weil du ihn nicht hörst Du hörst manchmal echt nicht So, ja Manchmal nicht Dann nehmen wir eins von den Schiffen vor, hier Ja Ist da nicht noch ein Zerstörer oder so? Ja Ach, da fährt er Wolfswiesel Was ist das denn der Name? Wolfswiesel Ich möchte jetzt Wolfswiesel hier Na, der ist so weg Hm Okay Der Wolfswiesel ist nicht weg Den meinte ich auch nicht, ne? Den anderen Ja Den meinte ich, ja Hm Ja, aber du musst tatsächlich irgendwie rüberfahren Fahr mal durch die Da jetzt, wo du unterwegs bist, durch Hm Wenn du jetzt noch weiter nach oben fahren wollen würdest, das würde einfach zu lange dauern Ja Außerdem hast du ja noch ein bisschen Futter da, auf der Seite Hm, hm, hm Ey, das sieht voll schräg aus Das sieht aus, wenn man auf die Minimap guckt, als wäre der, äh, Flutzeugträger mitten im Felsen Ja Hm Oder? Ja Vielleicht lasse ich da irgendwie, wie soll man denn da hinkommen Pack da Der ist auch wirklich irgendwo dahinter Muss da irgendwie hinfahren Das ist ja mal ein Scheiß Jetzt hetzen ihn alle Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, weil zwei, drei Zerstörer sind auch ein Weg dorthin Die wollen ihn richtig kaputten, die haben da richtig Bock drauf Ja, ich glaube, ich komme zu dir, weil die zwei, äh, die, die drei werden ihn so zerfetzen Die auch kommen I will find you and will kill you Oh, Onkel Dax ist hier Servus, Onkel Oh, der ist der Königsberg Was ist? Der fährt auch, einer auch nicht So gut Weil der habe ich öfter Lex hier, ich weiß auch nicht Von der habe ich richtig ekelhaft ist das Mal gucken, ob ich das gleich noch optimiere für die nächste Runde So, ich sag dir ja, der Flugzeugträger ist weg, ne? Den haben sie zersammelt Kaputt geschossen Insel Ja, fahre nicht gegen die Insel, versucht das mal irgendwie Wenn ich jetzt drehe, wenn wir nicht ganz in der Nähe kommen Ja, ich will auch nebenbei noch capen hier, ne? Mhm Es bringt alles Punkte Und ja, habe ich auch, da habe ich ein Match gehabt mit dem Schiff hier, ne? Mhm Da war ja alles dabei Ausfälle, Brände, äh, Torpedotreffer, alles, alles mögliche, ne? Äh Deswegen war ich wahrscheinlich auch der, der Beste Obwohl ich nur Oh, fuck, haben die mir zerlegt Obwohl ich, ne, was hatte ich denn? Ein Kill oder zwei Kill? Es könnten zwei gewesen sein Ich will nicht lügen, ne? Ich weiß es nicht mehr genau Äh Irgendwie, aber ich war dann auch irgendwie Pfff, sechs Minuten, sieben Minuten nicht mehr im Match, ne? Ich habe mir nur den Rest an angeguckt Äh Trotzdem war ich der Beste Einfach, weil ich alles Mögliche gemacht habe, ne? Ja, ja Ich habe Schiffe beschossen, ich habe Brände verursacht, ich habe dies und jedes gemacht, ne? Torpedos rausgehauen, mit Torpedos getroffen, mit Torpedos versenkt und so Äh Äh, das war schon So, ich wollte capen, ne? Ist ja nur noch einer Warte doch, nachtun Jetzt weiß ich es noch Ich glaube hier kriege ich jetzt Kein Kill mehr hin, aber Aber wir haben gewonnen Rock it Gibt es doch nicht 38 Treffer, also nix Ups, nicht auf die persönliche Wertung klicken Ne, bitte nicht Teamwertung So, dann machen wir gleich mal noch, ne? Nach einer Runde, ne? Ja, genau Ja, da kam mir jetzt echt so ein bisschen Bohnen hoch, ne? Ja? Ja, da sind wir wieder, hey Oh, da tut mir leid Das glaube ich dir nicht Da ist zu viel von diesen Bohnen, soll ich da gegessen, ne? Wuhu Dann, ja 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 Alles klar Ich, ich wurde schon entdeckt Wie geht das denn? Wie geht das denn? Weil der Noob-Detektor Gut, verstehe ich hier Ja, aber hier ist tatsächlich schon einer Alter, wieso ist er schon hier vorne? Ja, sag ich doch Ja Wollen wir uns nichts? Narashikamaru und die Schicht schon auch nicht Ja Und das ist aber schön ausprobisch Shikamaru Narashikamaru Wurstwasser 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 Mein Königreich für Wurstwasser Scheiße Da kommt aber noch einer, der noch näher Echt? Oh Hinter dem Naja Pichu Akajig Wurzik oder so Und ich ne, ich Ohhhh Ende Gelände Für die Ferienfittich Ja, pass auf Du bist ja dann auch Na ja, okay, du bist nicht in der Richtung wie ich jetzt aber Ja, das ist so Das war schon Farbenblindheit, wollte ich grad sagen Betriebsblindheit Das ist so Tunnelblick, ne? Hm Ich glaub, da steht der Typ Oder verrückt wir jetzt gerade Dieser Pico Papaka Ah so Der Pichu 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 Okay, der flüchtet Nimm jetzt dieser Schikamara Oh ja, oh ja und da 3 das gehen sind Pico check-up schickte er hat er echt mit Zerfetzgarten m ja und jetzt bin ich dran ne 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 das ist so aus Sieht nur so aus. Schade, meine Torpedos sind voll vorbeigezischt, aber von Thalisch... Ich hänge an dem... Oh, ich hänge an dem scheiß Schiff hier. Was für ein Schiff hängst du? Das gerade... Versenkt wurde? Versenkt wurde, ja. Echt? Ja. Echt jetzt, Mann. Die zerfetzen mich jetzt. Du musst zusehen, dass du da wegkommst. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, mach ich doch. Versuch ich doch, aber... Nein, ich brenne jetzt. Oh, nein. Okay, einen hab ich versenkt. Ich kann nicht löschen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. was wohl das? Ah, come on you mother... Son of a bitch! Aber du lebst ja noch. Ja, ich lebe noch. Du brennst ja irgendwie, oder? Kann das sein? Ja, ich brenne. Ich kann nicht loschen. Wollen wir raufhinkeln? Hier Pichu. Machu Pichu kommt. Hinter der Ende vor. Siehst du ihn? Schieß! Pichu, akatsik. Das ist echt nötig. Ich habe das Chicken, was man gerne macht. Das sah so aus, als steht der. Wahrscheinlich steht der auch. Aber da ich mich ja bewege, muss ich natürlich anders vorhalten bzw. nachhalten. Oh, shit. Ich glaube mal nicht, dass ich den Trucker treffe hier. So, jetzt gehe ich auch auf den drauf. Den versenkt ja keiner von euch hier. Das ist ja... Der Meister fängt jetzt an zu schießen. Ja. O-Gamer ist in dem Haus am Sein. Der andere hängt auch in der... Warum hängt ihr da alle drin? Denn, was macht ihr? Der wird scheiß echt. Wer? Wo? An der Linie? Ja. Wo fährst du denn jetzt gerade? Ja, ich bin auch in der Linie. Nur wusste ich, dass ich da reinfahre. Aber ich bin scheiß. Ey, Lava, keine Kacke. Ich habe doch mehrmals gesehen... Ich habe aufgezeichnet, dass ich mehrmals hingeguckt habe. Ich wusste auch, dass ich hier wieder rauskomme. So wie ihr teilweise reinfahrt. Da denkt man sich, seid ihr... Ne? Koks oder was? So. So, jetzt wurde mir der geklaut. Killsteal. Guck mal, derselbe hier. Oh, hier fährt einer direkt auf mich zu. Sheriff Chicken. Ich bin, du bist nicht da wo der Flavor ist. Ich bin, du bist nicht da wo der Flavor ist. Bei mir ist der Flavor. Ich habe ihn getroffen. Ich versink ihn nochmal. Na dann mache ich das halt. Ja du. Oh okay, wo? Oh okay. Oh. Programma, Programma, Programma. Ich... Ach ne, jetzt nicht auf die Insel, bitte nimmst. Okay, wir sind nur KS'er unterwegs, aber... Ich höre schon wieder in der Insel oder was? Ja. Oh Mann. Ja, was kann ich denn dafür? Seht zu, dass du nach links fährst. Ich... nach links? Ja, hier hinten, neben dir die Insel, wo ich grad schieße und der Fucker da rumfährt. Hier gibt's das Gold zu holen. In deiner verkackten Insel da. Aber wenn du dir das halt lässt, dann ist er aber gar nicht mehr da. Komm, hier ist noch ein Schlachtschiff, ich brauch Feuerunterstützung. Ja, ich muss erstmal hier... Ja, du bist ja mal ein Teammate, echt jetzt. Ich hasse dich. Mach hin, sieh zu, echt. Es wird knapp hier. Und ich werde hier auch noch vom Schlachtschiff beschissen, äh, schossen. Beschissen, beschissen. Ja, das ist beschissen. Das ist beschissen hier mit diesen Insel. Ja, Schiff, jammer nicht, war einfach. Du, der Typ brennt. Lord Pro Game wird nicht fertig. Mhm. Da du ja nicht mehr abfeuerst. So, schon wieder kehr-est. Sag hier, nur Schwanz-Penis unterwegs. Wirklich, nur Penis-Puller. Ja, toll. Toll, Moritz, deine Schuld. Oh, 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 oh. Wer wie Knochenmäuse? Du friehst es nicht auf die Ketten. Dafür muss er auch abrennen. Und die verenden. so geht das nicht jetzt mach den platter den Typen an der Insel der da schießt ja ich muss nachladen und der ist schon weg ja willst du mich jetzt rammen oder wie wieso musst du im Weg stehen ich drehe ich drehe das mal ich auch da wird einer auch nicht geschossen ich schaue Prozent was wo ist dein Problem das will ich dir gleich mal sagen ich werde dir gleich mal sagen wo mein Problem ist und scheiß vor mir ist einer ja Opferunterstützung sie zu sie zu sie zu ja Opfer ein bisschen Opfer Torpedos auf Steuermatt Torpedos auf Steuermatt Tretter jetzt? ja jetzt tritt er weil ich Torpedos rausgefeuert hab man kann sich aber irgendwie nicht entscheiden ne die sind auch noch ich hab noch ein anderes nochmal welche rausholen pass aber auf der hat aber auch Torpedos hm was hat das jetzt ist ach die der ist so nah dass die Automatik auch oh nein was auch der Torpedos ja ich werde von anderen Seiten geschossen sie tut das ja verreckt ich hab ihn versenkt ok du brauchst nicht mehr ich hasse dich ich hasse dich so dämmer zu nehmen ich versuche entspannt zu spielen aber entspannt du und entspannt machst du den da diesen Usul Bumser ja will ich ja weil weil dann gehe ich woanders hin jetzt ich weiß nicht ob ich den schaffe das ist schluch ich lasse den mal mach den mal fertig getroffen oh geil ich wollte grad sagen der lebt doch noch fährt ja neben mir jetzt fährt er neben mir hier sag mal alter ja der hat sich hinter der Insel versteckt ich hab ihn aber getroffen ja jetzt muss ich zusehen dass der auch noch verreckt ey ja ich hab die Vorarbeit gelassen ja klar auf jeden Fall ich brauch Feuerunterstützung jetzt noch der andere Typ oh scheiße und der eine ist fast hinüber gammelt er da rum mit 649 Leben ey echt jetzt schnell 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 quick jetzt wird er mir davon kommen diese kleine fucker oh 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 hart getroffen jetzt bist du dran der lebt ja immer noch mit 269 hier ja ich komm nicht an ihn dran ich hab ihn auch schon aber hier sind noch zwei ne und ich ich fahr gegen die Insel ich fahr gegen die Insel mother fuck ja nun also ich will nicht sagen aber ich hab schon drei versenkt ne soviel dazu will ich mal ganz vorsichtig anmerken ich hab sechs Treffer und ja ey sorry na da kann ich natürlich nie wieder ne da ist besser ey sorry ich wollte dich nicht beleidigen ne mit meiner Möglichkeit jetzt macht erstmal meine gefechtsleistung nach ja und wenn ich glück hab geht sogar noch torpedos von mir rein komm einer geht noch einer 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 da ich hab noch torpedos drauf gemacht obwohl ich schon tot war kannst du mal sehen ich bin übermenschlich so jetzt gucke ich nochmal jetzt dort ich dich mal nein lass es lass es lass es lass es du du machst mich nur fertig sobald du im spiel hast kriege ich hier auf den arsch t t t ja das mann ich habe schon t ob du t drücken kannst t gedrückt ja das war aber dumm ich bin nicht hier alleine die andere so gut zu drehen ja dann sollen die aber Hände machen treffa 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 vielleicht sollst du ganz schnell abdrehen zu spät Alter nee ich brenne sogar so schöne ja wirklich bezaubert ja ne die zahlen das war ne gute Leistung da schießt der noch auf uns so jetzt wo ich sowieso am versenken bin die haben sich die ganze zeit versteckt das ist schon ziemlich erbärmlich ich meine ich bin nicht auf die kacau und bin ja auch nicht der beste spieler aber ich meine ich war wenigstens im gefecht habe versucht zu überleben habe irgendwas gemacht ne ich kenne das einfach nicht außer mit flugzeugträger aber da bleibe ich halt in bewegung und fahre ich in die leute rein ist klar aber hier ich verstehe das nicht kann das auch manchmal nicht verstehen wie irgendwie weißt du jetzt ist fast vorbei und plötzlich tauchte einer auf so ein schlachtschiff mit vollem leben da frag ich mich was hat ja die ganze zeit gemacht und der tochter aber erst auch nachdem wir schon fast die ganze karte abgefahren ist wir könnten nur noch wirklich fn knapp gewinnen wenn jetzt einer mal die scheiße auch drauf ich glaube die ganze so beleidigen kann sagen ihr seid die dümmsten Aids Hubern Söhne die man sich vorstellen kann die denken sich ja aber wir gewinnen ja glaube ich nimmst du das auch? äh warum ist das jetzt so eine Frage natürlich warum fragst du das? oh Gott ich riecht mich nicht auf so gewonnen das letztens hast du mir gesagt ja guck hier und jetzt guck ich mal auf die Teamwertung nein naja komm ich bin der Zweitbeste und du bist immerhin so in der Mitte ja siehste hey Kaiser Franz Kaiser Franz ja 14 Treffer pfff digger was ja die hälfte wie alles im Weltkrieg da abgefeuert wurde die hälfte aller Weltkriegs geschossen ja also ich hab nen Auftrag gelesen mhm das war die Phoenix danke für scheiße also Phoenix super ja ich liebe ich hilf ne also auf jeden Fall cool die Phoenix ist die Bombe ne ist der MF so danke fürs zuschauen äh abonniert mich sonst äh komm ich zu euch und wohne bei euch und viel Spaß beim Joggen also ciao ciao Leute tp 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 Vielen Dank.